Und damit hallo und recht herzlich willkommen hier zurück, ja hier zu Lumberjacks Dynasty, Dynasty, endlich geht's wieder los, dynistisch wird's hier, äh, ja, gehackt und gemacht und getan, ja, hier gibt's kaum noch Bäume, alles weg, ja, wenn alles weggemacht, weggerodet, alles weg. So, jetzt heißt es erstmal die ganzen Bäume hier aufladen, weil ohne Bäume kein Money, Money, ja, deswegen gehe ich jetzt um mein holtes Gefährt, werde hier einmal umschwenken, werde hier einmal den komischen Kran bewegen, so, so, das nehmen wir mit. Die kriegen wir doch alle unter hier, das wäre doch gelacht. Guck mal, hier liegt auch noch einer rum. Bösen Düs. Ich habe einmal, da komme ich ja überall ran jetzt. So. Guck mal, den kriegen wir hier dazwischen, so, Perfekto Mundo. Wisst, da komme ich nicht ran. Wir müssen ein bisschen näher ran fahren, ein bisschen, so. Dann können wir den auch mitnehmen, so. Guck mal, da ist noch Platz drauf. Ja, gut. Gött, das sitzt ja auch noch mir oder so? Oder nicht, so. Müssen wir gerade gucken. Auf meinem... Ja, das gehört alles eigentlich. Hier, mir, die ganzen Dinger. Bäume gibt es noch, Kiefern, fünf, Fichte, sechs. Tote Stammen gibt es auch nochmal, fünf. Ja, geil. So, aber erstmal das fette Ding hier weg schaffen. Das hat hier einfach nichts zu suchen, das muss einmal weg. Mist. Gibt es da anders fahren sollen. Aber ey, aber ey. Nee, 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 nee. So. Jetzt fahren wir da mal hinten an das schöne Gedingens dran. Und schmeißen hier einmal die Stämmchen raus. Dann können die auch schön verarbeitet werden. So, einmal hier, du machst mal Platz. vielen dank manchmal platz heute noch dankeschön und ist hier und das hier so gut weiter im plan wir machen den weg frei in dem fall bäume frei es war ja hinten hier sind ja unsere bäumchen ja wir müssen ja zu geld kommen deswegen ist alles leider nix das war ich nicht wollte ich auch nicht lange war ja nicht das war ja auch nicht ja eigentlich nicht so viele dings zerstören also rasen weil ja in dort marken mal hier dann ziehen wir jetzt hier durch durch den stamm in dem fall immer durch immer durch immer aber langsam braucht sich so schnell machen dauert eine weile hier gibt es nicht so physik und so ich sollte den aber mal hier hinfallen lassen glaube ich das wäre vorteilhafter und den mache ich aber erst mal kaputt hier ein paar äste im weg machen so so huch ja ich weiß ja dass ich akkordes bin ich verschiebe alles hier ich bin auch mal das ging von alleine weg oh wie schön baum teilen zack sehr gut hü hü das ist gut das ist sehr gut damit kann ich arbeiten jetzt hör mal auf du kackbaum nicht versinken bitte danke das ist der wunderbaum ein wunderbaum der seinesgleichen sucht so machen wir den push mal weg sonst sehe ich ja nix schmurbeln und nochmal schmurbeln sehr gut so bist du hungrig was das kriegen wir mit ner wurst ausgebügelt moment nahrung 100 jetzt kann ich stamm aufnehmen zu hungrig sagt er zu hungrig spinnt wohl aber dass ich hier nicht übel schnell rennen kann geht mir auf den sack aber bin ich schon herkules vom dienst ja aber nein aber nein aber nein rennen ist hier nicht mit stamm in der hand so lag hier oben jetzt noch einer nö okay dann können wir den ja mal nehmen der weg wird kürzer das ist schön da verbrauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel zeit um hin und her tragen der stämme so folge wird heißen wunderbaum des blä blä was ist jetzt passiert er hat den kackstamm aber nicht mitgenommen will der mich verarschen du bist zu müde ach den hat er fallen lassen weil ich zu müde bin ach schön wieder mal fett danke spiel so holla war ich aber schnell da was war denn da los hi hallo mauzi so wir gehen mal schlafen helllichten tag was sonst was sonst na 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 und schwimmen wir auf oh ja schönen guten morgen der beste tag das beste beste zeit des tages so rum ja kreis der fette most wieder schön so jetzt muss man ja leider wieder hier tierchen verpflegen da hinten stehen die nackigen boys das sind die nackigen boys was macht ihr wieder hier im was ist denn hier los ich brauch die eier jetzt mache mal eier dass sie mir die eier jetzt kummel danke vielen dank hast du keine arbeitsverweigerung ich sag's bloß ja kann ich überhaupt nicht leiden ich hasse arbeitsverweigerer so eier 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 danke vielen dank so sehr gut jetzt kommt oscarinchen hier dran wir müssen die auch noch melken melk 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 drück 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 mixer die spritzing angelegen eurer gee eine zufriedene kuh nach der anderen wir freuen sich hier wird auch keine männliche kuh gebraucht damit überhaupt Milch geben. Das geschieht auf wundersame Weise auch so. So, melke diese Kuh. Ja, das mache ich. Ich bin dran an der Zitze. Oh, Oskar hat die Schafe schon wieder ausgeführt. Ja, bei schönem Wetter kann man das auch machen. Oskar, wo sind die Schafe? Wo sind die Schafe hin? Wo hast denn die hingeführt, du? Kleiner Kackau, du. So, wir sind aus Nahrung, ist okay, alles schick, alles schön. So, da gehen wir mal den Dracker. Huch. Bin ich ja schon wieder da, Mensch. Okizuki, das hier. Da gibt es kein Vertun. Das ist der schnellste, den es hier gibt. So. Ah, kann ich auch noch einen zweiten Stammdreck tragen, weil es ist so viel Schlaf und Nahrung, wie ich habe. Ich bin sicher nicht zehn tragen können, mit einmal. Was ist das? Guck mal, man sieht den Sitz, der hat keine Tür. Ach, schön. Na ja. Ist halt so, das ist völlig natürlich. Hier in dem Dorf einer Freude. Da gibt es halt auch keine Türen. So. Nein zu Türen. Jetzt setzt auch endlich mal die wunderbare Musik ein, die ich hier wirklich schon vermisst habe. Weil, ich bin ja hier am Malochen ohne Ende. Ja, da kann ja auch mal ein bisschen, ein bisschen Liebe sein, in Form von Musik. So schön und so klangvoll zwitschert sie mir ins Ohr. So. Letztlinge zum Einpflanzen habe ich immer noch nicht. Wollte es bloß sagen. Spiel. Brauchst mir das eigentlich überhaupt nicht mehr anzeigen, weil ich es nie hinbekommen werde hier. Du hinderst mich ja daran. Du bist ein Hinderer. Habe ich Ey, habe ich das nicht durchgesägt hier? Was ist denn hier los? Nein. 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 Schau mal hier. Ich wollte vergessen. Was ist denn da los? Ach, so. Schön. Schön. Ach, wie schön. So, ein bisschen schieben, weil ich Jakolas bin, kann ich die Stämme natürlich auch schieben. Wohin ich will. Das tut gar keinen Abbruch. Ja, jetzt greif, greif den Riesenstamm nochmal, sag mal. Was ist denn mit dir? So. Immer schön voran. Blum, blum. Das hört sich auch mal an wie, wie so ein Trick filmen. Ja, wo die, wo die Maus gerade so rausguckt, so. Blum, blum. Und die Katze checkt es nicht. Und dann tapstet die Maus durch den Raum. Und die Katze checkt es immer noch nicht. So. Okay, was haben wir, haben wir jetzt noch irgendwas hier so? Nö, was liegt denn da hinten noch? Das ist nur ein Weg. Okay. Das ist nur ein Weg. Äh. Bin ich hier noch, wie weit ist denn überhaupt mein Radius? Das ist alles meine hier. Okay. Nein. Ja. Danke. Guck mal, das grüne den doch mal. Nö, 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 nö. Wir lassen wir auch direkt so fallen, dass wir nicht so weit laufen müssen. Raum fällt. Wie gesagt, du hast Zeit da hinten. Lass dir ruhig Zeit. Kein Problem. So. Ein bisschen asten. Und entasten. Machen und tun. Äh. Schieb den wahl nicht so, wollte ich gerade sagen. Aber hier natürlich der Baum. Ich meine natürlich den Baum. So, ja. Kleine Abschnitte. Komm mal weg. Dich will ich nicht. Garstiger Abschnitt. So, ja. Baum zerteilen. Eine Teilung. So. Ja. Oh. Ein fettes Ding. Oh. Oh. Ich bin der Akkuläse. schwöre. Däm, 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 däm. Ja, alles wird schön. Alles wird gut. So, dann nehmen wir den nächsten fetten Stamm. Der ist nicht ganz so fett. Aber ey, aber ey, aber ey, ey. Ah, der war nicht ein bisschen zu weit hinten positioniert. Wo sind die jetzt? Ey, mach hier. Oh. So. Da kommt der Sache schon näher, würde ich sagen. Gleich sind wir durch. Mit dem Firle Franz. Und da setzt sie wieder ein. Die wundersame Musik meiner Träume. Das Pfeifen. Kommt und geht. So, da liegt Stammi. Ist ja winzig. Die trage ich mit dem kleinen Finger. Di, 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 di. Stop. So. Gut, dann können wir das mal aufsammeln. Das sind jetzt insgesamt zwei Bäume. Guck mal, der ist schön rund. Gut, das kriege ich noch. Und. War da unten jetzt noch einer? Ja. Da war noch einer. Der gliedert sich super ein. Hier in die Gesellschaft und Gemeinschaft. Sehr gut. Oh, da ist noch einer. Guck mal. Guck mal da. Guck mal. War nicht zu sehen. Das Ding da unten. Schmupp. Da ist auch noch einer. Hier unten. Ganz hier unten. Hier unten noch irgendwas. Ja, da unten ist noch irgendwas. Guck mal an. Das sollte es jetzt aber hier gewesen sein. Ja, dann können wir das hier mal wegschaffen. Oh, fahr du dickes Ding. So, durch die Botanik. Einmal durch. Da hinten kann man es auch schon runterschmeißen. Ja, dann haben wir ein paar Baumarbeiten gemacht. Wieder. Wir müssen ja machen. Wir müssen ja zu Geld kommen. Sonst bringt das uns alles nichts. Das gehört nun mal dazu. So. Okay. Dann mal Enter und damit. Und schwapp. Schwapp. Puppelibupp. So. Dann ist es ja auch gleich weg. So. Ja, das sind ja einige, die wir da wieder weggemacht haben. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Auf dass das Baumland hier schön kahl wird. Wie es jeder gerne hat. Ja, Bäume wird überbewertet. Braucht kein Mensch. Kaffeeplantagen ein bisschen her. Kaffeeplantagen. Zwar ohne Ende. Alles voll. Ja, guck mal hier. Flattes Auto. In schwarz. Da. Sehr gut. Ja, dann sind wir ja schon wieder durch. Ich würde sagen, wir machen nächste Folge weiter. Ähm. Ja. Und gucken mal, dass wir da. Weiß ich nicht machen. Ich habe gar keine Ahnung, was ich machen soll. Mit euch. Ihr Schlingels. Oh. Wenn das. Drohnenwettbewerb. Sportveranstaltung. Tage bis zum Ereignis. Drohnenwettbewerb. Da müsste ich mir eine Drohne kaufen. Okay. Mal gucken. Vielleicht kriege ich das ja gebacken. Neue Mission. Buschtrimmer. Da können wir neue Mission. Transport. Uh. Finde das verlorene Schaf. Ja, wie sollte es auch anders sein. Keine Ahnung. Dann gucken wir uns das hier mal an. In sechs Tagen. Also noch sechs Mal schlafen. Und dann gucken wir uns das auf jeden Fall mal an. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Da können wir hier noch Busch trimmen. Ich trimme ja immer Büsche. Ja, ja. Ähm. Ja. Das soll es dann auch. Erstmal hier gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Lasst mir gerne eine Bewertung da. In Form eines Likes. Und einen Kommentar. Wenn ihr mögt. Wenn ihr Lust habt. Und ansonsten wünsche ich noch einen super schönen Tag. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.